Sooo, hallo, wir machen weiter bei Undertale. Ich bin ein wenig gespannt, nach einer ganz kurzen Aufnahmepause, von der ihr aber nichts mitbekommen habt, sind wir dabei. Wir haben uns das letzte Mal wieder Escort gestellt und dann sind ganz viele Leute aufgetaucht und ich hab die ganze Zeit gemeint, hä, wieso sind die damals nicht aufgetaucht? Und jetzt meinte Papyrus so, hey, ja, eine kleine Blume hat ihm geholfen dabei, die Leute hier zusammen zu finden. Yeah! Let's go! Here we go. A tiny flower. Wee! Toll! You idiots! Ganz toll, Flower. Ganz toll. So. Why are you guys having your little powwow? Aber ich möchte kurz Gedanken, weil Flaue aus der, ich sag jetzt mal, Zukunft, hat uns ja mitgeteilt, dass es ja offensichtlich etwas zu verändern gibt. Das heißt, er geht ja jetzt davon aus, dass das genau so ablaufen wird und dadurch, dass es so ablaufen wird, scheint sich für diesen Flaue hier ja auch was zu verändern. Gut, ich bin gespannt. Also es läuft eigentlich alles nach Zukunft, Flaue's Plan, der bekehrt wurde, in Anführungszeichen. Ich habe die Menschenrechte genommen. Und jetzt sind nicht nur diese unter meiner Macht, aber alle deiner Freundesrechte auch mine werden. Hehehe. Und Sense so, oh, I don't care. Er hat keine Augen, die Pupillen fehlen. Ja, er lächelt trotzdem. Er lächelt immer. Das ist sein Gesicht. Don't judge him. Ich judge ihn nicht. Also beschläge. Ich würde Sense niemals judgeen. Und you know what the best part is? Ich habe dieses Face on, dieses... Nein, im Gegenteil, Flaue. Es ist deine Schuld. Es ist alles, weil du sie liefst, sie liefst, sie liefst, sie liefst, sie liefst, sie liefst, sie liefst. Ja gut, das stimmt. If you leave the underground satisfies, you win the game. If you win, you won't want to play with me anymore. And what do I do then? This game between us will never end. Naja, Flauwe, es gibt da so eine Taste, die heißt Escape. Wenn ich die jetzt ganz lange drücke, dann ist es schon ganz schnell vorbei. Die Kenta. Ja, die kann mich trotzdem nicht daran hindern. Schamz wird das Spiel, Leid, nie wieder spielen. I hope victory in front of you just within your reach. And let tear it away just before you grab it. Over and over and over. Listen, if you do defeat me, I'll give you a happy ending. I'll bring your friends back. I'll destroy the barrier. Everyone will finally be satisfied. But that won't happen. You. I'll keep you here, no matter what. Even if it means killing you one million times. Do not be afraid, my child. No matter what happens. We will always be there to protect you. That's right, Human. You can win. Just do what I would do. Believe in you. Hey, Human. If you got past me, you can do anything. So don't worry. We are with you all the way. Oh, you haven't beaten this guy yet. Come on. This mirror's got nothing on you. Technically, it's impossible for you to beat him. But somehow, I know you can do it. Human. For the future of humans and monsters. You have to stay determined. We are with you too. Come on. You got this. We've got to win. You can do it. Ribbit. 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 No. Unbelievable. This can't be happening. You. You. I can't believe you're all so stupid. All of your souls are mine. Ich kann leider gerade nicht mehr schlafen, das tut mir leid. Schon gut. Okay. Kriegen so wenigstens gerne Hörschaden. Hm. Ich dachte es mir schon. Ich glaube, wir bekommen hier gleich eine Geschwistergeschichte. Oder sowas. Ich war so, ich war so tired, I've been a flower. Howdy. Alex, are you there? It's me, your best friend. Ja gut, oder so. Eswell, dream more. Have fun. It's the end. Mm-hmm. Warum, was, 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 what's, 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 what's happening here? It's the end. Okay, yes, you'll dream more. Dream. You think about why you're here now. Whoa, alter. Mm-hmm. Holy crap. Holy crap. So solltest du schon eine Belizei-Warnung rausgeben. You can feel the empty space in your inventory gets smaller and smaller. Okay, was tut sie, was tut sie? Ja, hi, Stern. Okay, ja. Mm-hmm, ja, mm-hmm, okay, ja, mm-hmm, ja, okay, mm-hmm, ja, okay, mm-hmm, ja, aua. Immer noch ein R. Was? Immer noch ein R. Ah, ach, ja, stimmt. Eswell, charge the shocker brain. Mm, guck mal in dein Inventory. Nimm mal weiter. Last dream. Soll ich das einsetzen? Ja. Through determination, the dream became true. Your HP was maxed out. Oh. Of course how you know us. You know? You know? I don't care about the dream as well anymore. Ow. Ow, no, 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 no. Alter, das ging schnell. Ja, frag mir nicht. Ja, Tucker ist irgendwie... Bleh. Honestly,hencalls are a chaos saver. Ich... Ich gehe dann mal gerade hier dreamen. Ja, macht mal. Tschücht. Ich muss erst mal die ganzen Attacken anschauen. Okay, okay. Aua! Okay, das kann ich. Autsch. Schocker-Breaker. Du kannst immer wieder acten und immer wieder Last-Dream, also Dream. Du kannst auch Hope machen, aber Dream füllt halt dein Inventor wieder auf mit Last-Dream und so. Ach so, das heißt, hätte ich mehr Platz, würde ich mehr Dreams willkommen. Oh, tut es an. Ist nicht schlimm. All of your progress, everyone's memories. We're going when we're back to zero. Ach, ich doofkopf. Da, wo die Ausrufezeichen sind, kommt der Blitz. Warte, 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 warte. Hoch. Da, wo die Ausrufezeichen sind, kommt der Blitz hin. Mhm. Oh. Das kannst du hoppen, ne? Ach ja, ich habe ja Dream grad gemacht. Du hattest an deinen Hopen. Du hattest an deinen Hopen. Du hattest, wie viel Damage du hattest. Oh, ich doofnase. Ich bin die ganze Zeit falsch ausgewichen. Ich dachte, da wo das Ausrufezeichen ist, muss ich hin. Ja, ist mir auch passiert. Das Geil ist, die Blitze sind so laut, die höre ich sogar, obwohl ich sie eigentlich gar nicht hören könnte. Die sind laut, ja. 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 Ja, und mehr Hope wahrscheinlich, weil Dream habe ich ja schon voll. Oder einfach Sparen, keine Ahnung. Achso, ne, Damage und Use ist ja gut. Ich doofkopf. Okay, das kann ich. Ja. Oh, falsche Richtung. Gut. Ahem. Aua. Ja, ich kann das. Ja, Last Dream. Die Musik ist großartig. Ah, das ist ja einfach. Ah, Star Blazing habe ich noch nicht gesehen, also Hopen wir. Hopp, hopp. Dann können wir alles wieder alles machen. Ach, das war das, doch haben wir schon gesehen. Ich weiß nicht, es sind nur die kleinen Sterne, die mich treffen, oder auch diese Schatten von den großen Sternen. Resolution. Wahrscheinlich nur die kleinen, ah, okay. Machen wir mal wieder. Tween, war ich... ne, Quatsch, ich hab ja noch einen. Brauch ich gar nicht. Bullshit. And you know what the best part of all this is? All this is? You'll do it. Viel Spaß. Hab ich noch nicht. Oh Alter! Vorsicht! Jooh! Jooh! Regenbogen kalaschnikoff oder was? Äh... Last Dream. Ja, oh mein Gott. Kann nicht schaden. Okay. And then you lose to me again. So schön, du versuchst dich immer gegen ihn zu. Ja, ich denke immer genau verkehrt raus. Grausam. Das wäre auch passiert. Ich muss mit ihm mitgehen quasi, nicht von ihm weg. Äh, da geht's. Entschuldigung. Nicht schon wieder. Ich bin doch gleich tot, aber ich werde eh wieder zurückkommen. Ja, never mind. Werdet refused. Aber fängt man da jetzt eigentlich von vorne den Kampf an, oder? Ich glaube nicht, er redet, glaube ich weiter. Die Musik geht ja von vorne los, leider. Ja, ich weiß. Habe ich den Dym bekommen, weil ich beim Dym gestorben bin? Ja, okay, cool. Ja, es geht auf jeden Fall einfach mit irgendwas ganz, mit dem hier weiter. Das ist genau wie ein Flau, also. Das ist genau wie, es ist ja dieselbe Person. Aber er weiß sozusagen, dass wir früher Freunde waren. Das wird sich alles klären, ich sag jetzt nichts dazu. Ja, okay. Da kommen wir noch hin heute. Jo, jo. Okay, mit ihm mitgehen. Ups. Äh, ausgetrickst. Ja, macht er schon etwas anders und dann, dann dreh ich schon am Rad. Ah, nicht schon wieder. Der Anfang ist ja easy, aber dann wird das ziemlich schnell. Ziemlich? Macht nichts, nehm, einfach raus, äh, äh, dream und gut das. Ich glaube, so kommen wir einfach weiter. Ansonsten, ich wiederhole es mich gerade die ganze Zeit noch. Ja, hier kommt ja kein neuer Text mehr. Und wieder. Jetzt kommt noch ein Text. Richtig. Also lass dich ruhig auf dem Office-Mod koffeln. Alter, das ist neu. Okay, ja, sehr variiert das auch. Because you want a heaven-ending. Ich finde es gut, dass der Text ist überhaupt nicht. Ich könnte den kleinen Stern ausweichen, das ist das ja gar nicht so schnell. Hm. Die Text ist doch überhaupt nicht abgehackt, die ganze Zeit. Autsch. Chaos-Licer. Alter, that names. Ezreal, please. Aber sie hieß doch, ne, wie hieß sie denn jetzt? Toriel. Ach, sie hieß Toriel. Von Toriel. Wo hab ich denn, wo hab ich denn den Namen Ezreal schon mal gehört? Eskor und Toriel. Ach so, den hab ich noch gar nicht gehört, den Namen Ezreal. Den Namen hast du gehört. Fuck. Ja, das war Ezreal's Geschichte hier. Das war, das war der... Ich. Ja. Ja. Oh mein Gott! Ups. Mindblown. Ups! Ja, deswegen kommt mir Ezreal. Ich dachte die ganze Zeit Ezreal, hä? Warte mal. Oh fuck. Das war der Sohn vom... Ja. Wir rufen das Headset schon runter, so erfreulich bist du. Der, der von den Menschen getötet wurde. Yes. Sheet. Vor allem auch wenn du Toriel und Asgore zusammenfügst, hast du Ezreal. Ja, ja, richtig. Oder Serialmörderer, passt auch. Ezreal Dreamer. Ich glaub, das passte. Ah. Because you love your friends. Okay, mit ihm mit. Das ist aber ein schönes Mindblown gerade gehabt, wa? Ja. Definitiv, Alter. Good. Das alle auch. Ich dachte nämlich die ganze Zeit, hä, wieso nehmen die denn den Namen von der Mutter? Aber zwar Ertoriel und nicht Ezreal. Goddamit. Because you never give up. Soll das dein Dream machen, du hast nichts mehr, glaube ich. Ich hab ihn gerade erst eingesetzt. Ach so, ja. Ja, ich mein, genau. Ja, ich mein, mein nur. Ich dachte, du meinst, ich soll ein Dream einsetzen, aber... Also, ja, meinst du, ich dachte, du meinst, ich soll das Item ein Dream nehmen. Das, das dachte ich. So, ich könnte eigentlich, eigentlich wäre es schlauer, ich hätte ein anderes Item genommen, damit ich mehr Platz für die Dreams bekomme. Wobei es eigentlich egal ist, weil die anderen Items heilen mich ja auch im Moment komplett. Oh Gott, nicht schon wieder. Hm, mein Lieblingsattacke. Weil die halt echt easy ist, jetzt in der Phase. Hypergonner. Ja, wir nehmen jetzt erst mal ein Starfade. Das fühlt mich ja genauso. Now, enough messing around. Uh oh. It's time to purchase Timeline once and for all. Yo, hi, tschüss. Freak it on. Have fun. Um. Es ist okay. Even after that attack, you're still standing on my way. Wow. You are really... You really are something special. So, dann geht's ohne spoilern zu wollen, aber dann... ...hat er deswegen so ne... ...was heißt, so ne Mordlust, so ne... ...so ne Gefühlskälte bekommen, weil die Menschen ihn umgebracht haben. Nein. Also, naja, aber... Äh... Nein, nein. Ich sag nein, du brauch weiter. Okay, er ist ja irgendwie sowas wie... Mach weiter! Okay. Es wird geklärt, sonst würde ich jetzt was sagen. Okay. But don't get cocky. Up until now, I've been... I've only been using a fraction of my real power. Ja, natürlich. Let's see what good your determination is against this. Kann ich vorher einen Dream? Nein, kann ich nicht. Okay, kein Problem. Das ist alles Absicht. Ja. Dann sind wir jetzt in einem, äh, gescripteten Abschnitt. Das ist immer dann die Final Form, wenn Flügel da sind. Die blinken! Richtig! Was ist dieses alte Macht? Es wird bloß, äh, äh, blöckst du weg. Äh, äh, blöckst du weg. Okay, kann ich erstmal... Ja, aber mit einer AP ist das nicht so easy, ne? Never mind. Jetzt bist du aber wenigstens vollgeheilt. I can feel it. Every time you die, you grip on this world, slips away. Ach, er will ja sogar gar nicht, dass ich sterbe, sondern er holt mich immer wieder zurück. Sozusagen... Er macht das ja absichtlich. Every time you die, your friends forget a little... forget you a little more. Your life will end here, in a world, where no one remembers you. So können wir jetzt raus, Aua. Ah, die Attacke ist scheiße, ich weiß. Alter, das ist überall, what the fuck? Yep, ich weiß. Nein, ich will, kann ich... Du kannst nichts machen. Ach, ich kann gar nicht auf... Ah, jetzt merke ich das erst. Okay, ich kann nur strudeln. Es steht ja auch, can't move your body. Ah, ich kann nicht mein Item einsetzen. Also kannst du aufs Sucheitem oder aufmerzen. Alles klar. Du bist still hanging on. Ich bin gut im Ausweichen. Ich auch. Ich bin noch besser. Ich renne da sogar rein. Wahahahaha. Still? Come on. Show me what good your determination is now. Das werde ich, indem ich einfach tausend mal sterbe. Kein Problem. Hahahaha. Gut, dass man das darf. Hör. Gerne. Das Spiel ist sehr, äh, mercyhaft. Okay, jetzt. Das ist interessant. Don't move your body. Nothing happened. You struggle. Nothing happened. You tried to reach your save file. Nothing happened. You tried again to reach your save file. Nothing happened. But nobody cares. Seem saving the game really is impossible. Ja, jetzt save is auch eine scheißidee. Ja, irgendwie schon. But maybe with what little power you have, you can save something else. Das ist ein kleiner Hinweis. Yay. Blinke Button. Nimm den, Blinke Button. Ich weiß nicht, ob ich den Blinke Button drücken soll. Das ist so, das ist so offensichtlich. Okay, ich kann, wie wen kann ich, wo ist, wo ist, wo ist, asriel? Asriel safe. Na gut. Ähm. Ja. Irgendwas. You reached out to Asriel's soul and called out to your friends. They're in there somewhere, aren't they? Within the depths of Asriel's soul, something's resonating. Resonating, whatever we all know. Yo, hi. Du hast ja gerade gelernt, ne? Souls appeared. Entschuldigung. Lost soul. Ähm. Hackalter, eigentlich. Ich weiß nicht, ich würde jetzt eigentlich sie eher hacken als ihn, aber dabei ist Lost Soul, das ist keine Ahnung, Hack. Naja, es ist schon in der richtigen Reihenfolge. Also wenn oben ist sie und unten ist er. Dann habe ich schon sie gehackt. Jörg, die Lost Soul, und tell her, that you're going to see her again. Something about this is so familiar to her. This is for your own good. Forgive me for this. Lost Soul, stand there. Talk. Tell the Lost Soul, that you have to go, if you're going to free everyone. Something is doing within her. No one will leave again, this is my duty. Die Leute attack me, natürlich. Jo. More talking? Nee, okay. Du magst nur sie, ne? Ja. Ich merke das schon. Ich dachte, ich kann erst mal sie und dann ihn. Na ja, sie stehen mit beide, also musst du... Beide. Oh, okay. Stare, nee, dann talk mit ihm halt auf. Save everyone. Something stirs within him. It's all floating back. Flooding. Oh, no, wow. Your fate is up to you now. You are our future. You feel something failing with... Ah, I can read a safe, okay. Ach so, aha. Yes. Hebe uns die Skeletten zum Schluss auf. In the depths of Aethel's soul, something is resonating. Reason... Alter, ich kriegst das nicht hin. Oh, ach so, sie kommt einzeln, okay. Act. You gave the Lost Soul a big smile, like you remember she likes to do. For some reason, she sort of wants to smile back. All humans will die! Mm. You asked the Lost Soul to teach you how to cook. She doesn't know why, but she kind of wants to teach you how. You are our real enemy. Ach, zum Glück sind das nicht die schweren Pfeile. Alles gut. Aber fake it find ich irgendwie gemein. Warum? Das ist undine. Ja, okay. Vor allem, du haust sie ja nicht. Ja, okay. You tapped the Lost so slightly. So einen freundlichen Schulterklaps. Something about the way you fight. It's all floating back. Ah, bam, das war's schon. Well, some humans are okay, I guess. Wollte ich nicht. Wieso bin ich jetzt auf Fight? Alter. Okay, Alph, ist das Nächst. Entschuldigung, warten wir nicht. Kann man da überhaupt dann Fight machen? Also könnte ich ja auch. Das wäre irgendwie... Ja, mein? Ja. Machst du aber nicht, weil du Pazifist bist? Okay, nerd out. Favorite cartoon. She can barely hold back from giving you an enormous answer. You hate me, don't you? Nein. Ach, she's, she's, she won't, she, da war she. Aua. Das war das für eine Sprache, grad. Die Sprache war, ach, schießen, schießen, schießen. Wo war schießen? Da war schießen. War nur alles etwas abgekackt. Okay, ich glaube, wir sollten sie encourageen. Continue to support her. Something about the way you are. Ah, okay. I forgot to keep lying. Hallo, Mainz. Schau mal nicht, mein Dex. Ach, du bist das, Entschuldigung. Eie, ja, natürlich. I'm sorry. Du darfst dir sein Quiz beantworten, viel Spaß. You asked us so far. I have one of the quiz questions, oh mein Gott. Suddenly memories are flooding back. No, that's not true. My friends like me. And I like you, too. Im nächsten Mal, dann kannst du alles lesen. Nein. Nein, Sans darfst auch du lesen. Man, so wie Sans sind denn, mein Gott, ist das auch nicht Comic Sans, oder? Doch. Oh Gott. Das, das eingedeutscht. So, Papyrus, jetzt bist du dran. Ach, ihr seid wieder zu zweit, natürlich. Die beiden nur zu zweit, yes. Okay, das ist er, das heißt, er kriegt ein Puzzle. You asked Lost Soul for help with an Puzzle. He doesn't know why, but he really wants to help you. I'll just, just give up, I did. Ach, fucking, das ist ja springen. You're blue now. Richtig, that's my power. That's my attack. Oh. Ah, du kannst das besser als ich. Okay, wir erzählen Sansenchoque. Sans, Sans. Ach, hier ist der Choke. You told the Lost Soul a bad pun about skeletons. He seems to love it, but the other Lost Soul seems to hate it. Soll ich das? Why even try? Then everyone will. Ups. Blau. Don't move. Don't move. Don't move. Oh, no, no, no. Don't move. Don't move. Don't move. Oh boy. What do I want to do? Also, Choke bei ihm nicht. Recibe inside, inside? Nein. Irgendwie ja nicht. Bleib dann genug, recibe bei ihm. Er krocht ja auch. Er ist wirklich. Natürlich. Was ist es trying to hide its joy? You'll never see them again. Oh, Sans sei mein nicht so hier. That's not really you. Oh, wenn du glaubst. Take a break. Okay. Es ist Sans. It nods its head solemnly. Seems like it will. Huch. No, wait. You're my friend. I could never capture you. Nah, I'm working for your cat. Das waren alle. Den kann ich jetzt auch saven. Someone else. Ich würde gern Ezreal saven. Immer noch. Der ist auch da drin. Strangely, as your friends remembered you. Gut, er ist es irgendwie selbst. Aber bläh. Something else began resonating within the soul. Stronger and stronger. It seems that there is still one last person that needs to be saved. But who? Suddenly, you realize. You reach out and call their name. Huh? What are you doing? Storytime. Storytime. Also, Bildertime. Ist auch mal schön. Ja, ich bin runtergefallen und er hat mich gefunden. Oh, warte. Ich hab schon wieder so einen Moment. Ja. Hauptsache, du kommst nicht auf den Fight-Button. Nee, nee, nee. Aber die Geschichte von Ezreal war doch, dass er einen Menschen gerettet hat. Fuck. Das waren dann wir? Das war nicht irgendein Human, das waren wir. Ich darf nichts sagen. Oh mein Gott. Ja, das ist ja das Einzige, was gerade Sinn ergibt. Oh, das ist okay. What did you do? What's this feeling? What's happening to me? No. No. I don't need anyone. Will ich überhaupt ausweichen? Ich weiß es nicht. Ich will gar nicht ausweichen. Passiert eh nichts. Stop it. Get away from me. Do you hear me? I'll tear you apart. Versuch doch alles. Oh, er trifft schon gar nicht mehr. Ups. Never mind. Say that again. Alex, do you know why I'm doing this? Why I keep fighting to keep you around? Da ist mein Kieb. Ich hab's gefunden. Yay. Er trifft schon gar nicht mehr. Er will schon gar nicht mehr. Nee. I'm doing this. Because you're special, Alex. You're the only one that understands me. You're the only one who's any fun to play with anymore. I'm doing this because I care about you, Alex. I care about you more than anybody else. Ich will schon gar nicht den Genos-Side-Warn machen, weil das hat ja keiner von denen verdient. Das ist was doofes. Guten Tag. Das ist das, was das Spiel will. I'm not ready for this to end. I'm not ready for you to leave. I'm not ready to say goodbye to someone like you again. I'm not ready for you to leave. So please stop doing this and just let me win. Stop it! Stop it! No! Alex? Alex? I'm so alone, Alex. I'm so afraid, Alex. Ja, wir wissen, wie wir heißen. Sorry. Alex, I... I... I'm so sorry. I always was a crybaby, wasn't I, Alex? I know you're not actually Alex, are you? Alex has been gone for a long time. Um, what? I mean, heiss ich auch so. What is your name? Ja, heh heh. Frisk. Was? Okay. That's... Nice name. Dann bin ich immer Frisk. Frisk. I haven't felt like this for a long time. As a flower, I was soulless. I lacked the power to love other people. However, with everyone's souls inside me, I not only have my own compassion back, but I can feel every other monsters as well. They all care about each other so much. And we will all kill them. No! Well, not now, but... You don't have to do that. And they care about you too, Frisk. I wish I could tell you how everyone feels about you. Papyrus, Sans, Undyne, Alphas, Toriel, Monsters Ariad. Even though they barely know you. It feels like they all really love you. Haha. Frisk, I... I understand if you can't forgive me. I understand if you hate me. I act so strange and horrible. I hurt you. I hurt so many people. Friends, Family, Bystanders. Enter. Hello? Oh. There's no excuse for what I've done. Oh, I wanted to go over because I thought the first is the altar. Oh. What? Frisk, come on. You... You're gonna make me cry again. Besides, even if you do forgive me, I can't keep these souls inside of me. The least I can do is return them. But first, there's something I have to do. Right now, I can feel everyone's heart beating as one. They are burning with the same desire. With everyone's power, with everyone's determination. It's time for monsters to finally go free. The barrier was destroyed. Frisk, I have to go now. Without the power of everyone's souls, I can keep maintaining this form. In a little while, I'll turn back into a flower. I'll stop being myself. I'll stop being able to feel love again. No, I don't think so. So, Frisk, it's best if you just forget about me, okay? Just go with your people you love, who you love, who you love, who you love, goddammit. Who you love, passt ja auch. Yeah. Natürlich. No. Nein, als Flauie hat er ja auch schon Gefühle gehabt, auch wenn er sagt, er hatte keine. Ha. Ha. I don't want to let go. Frisk. You... You're going to do a great job, okay? No matter what you do. Everyone will be there for you, okay? Well, my time's running out. Goodbye. Bye. By the way, Frisk, take care of mom and dad for me, okay? Frisk. This is all just a bad dream. Please, wake up. Oh, you are awake. Thank goodness. We were so worried. We were so worried. It felt like you were out forever. Yeah, any longer I would have freaked out. Tell us next time you decide to take a nap, okay? Yeah. You made Papyrus cry like a baby. What? I didn't cry. I don't cry. I just caught something in my eye. What did you catch? Tears! Now, now. The important part is that Frisk is all right. Woher wissen die den... Okay. Whatever. Here, Frisk. Why not drink some tea? Wie ich heiße. It'll make you feel better. Uh, how about we give them space first? They must be very exhausted. Though, from what, I am not certain. Frisk, we do not remember exactly what happened. There was a flower and then everything went white. But now the barrier is gone. When you are ready, we will all return to the surface. It seems the door to the east will lead us there now. But before then... Perhaps you might want to take a walk. You can say goodbye to all of your wonderful friends. Do as you wish. We will all wait for you here. We are at 43 minutes. We are at 43 minutes. We are at the end of the part. We are at the end of the part. We are at the end of the part. Yeah, it's worth it. The end of the part is, I think, there are some texts. I believe there are some texts and so on. That's why it's still a part. So, yes, definitely. Thank you for the time. Thank you. Bye. 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 Bye.